also leute ich habe gerade noch den postbooten erwischt und zwar ist ein paket aus den usa gekommen wurde verzollt ich musste auch noch dafür 17 euro zahlen vorne drauf war die rechnung und von dhl noch eine rechnung weiter nichts besonderes dann würde ich mal sagen machen wir das paket zusammen auf ich weiß auf jeden fall schon was drin steht auch hier drauf können wir es lesen ich habe mir auf jeden fall was in amerika bestellt und zwar sich für einige jetzt im knasch nichts anderes als ein dummy boy hoodie von 69 hat lass mich lügen 89 dollar gekostet auf seiner merch seite ungefähr bin mir gar nicht mehr sicher ich habe zwar zwei oder drei monaten bestellt und ja also hier ganz normaler schlichter wo die qualität ja ist okay ich habe den in xl genommen hier seine zähne 6 9 xl tekashi 2018 und von hinten sieht das ganze so aus ja auf der webseite war das auf jeden fall ein bisschen farblicher hier ist es so ein bisschen ja der druck ist jetzt nicht so das wahre aber der der pulle geht falsch da ja wie gesagt ich habe das ganze in xl und ich probiere das dann mal an und dann zeige ich euch das ganze ich freue mich auf wenigstens jetzt reingekommen ist nach so einer langen zeit und ja da würde ich sagen so leute also das hier ist der hoodie in xl wie sehen könnt hier 6 9 seine zähne also xl passt bei mir eigentlich perfekt von der größe her wo die von hinten aus also gefällt mir auf jeden fall sehr gut ist auch echt gemütlich ja das soll es auch schon gewesen sein gibt dem video ein druck das soll es auch schon sehen und Untertitelung. BR 2018